Hallo Röö und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition. Gouverneurin Marley wurde entführt. Wir brauchen jetzt eine Crew und ein Schiff. Beides holen wir uns in dieser Folge und dann segeln wir. Wow, es funktioniert beide Wege. Das ist ein Schiff. So, dazu will ich jetzt zu den Lichtern, zum Handelsplatz für gebrauchte Schiffe, zu Stan. Da war ich schon mal, aber da habe ich mir gedacht, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, ich wollte doch zum Zirkus. Ja, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich da hin, jetzt will ich zu Stan, dem Schiffhändler. Der übrigens bekannt dafür ist, dass er spricht. Und mein Gott, der spricht. Und seine Kleidung. Macht mich irre. Hat mich auch schon früher irre gemacht. Hello? You want it? I got it. And if I don't got it, I'll get it. I want to make you a deal that you're happy with. Because if you're not happy, I'm not happy. But I know you're gonna leave here happy today. How do I know? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. So tell me, what are you interested in looking at today? Hey, it's nice to meet a man who appreciates quality. I've got just the boat for you. Walk this way. Das will ich nicht. Now this, this is a ship fit for a king. I mean, we're talking 15 staterooms, a fireplace in every one. We're talking two pools, one indoor, one outdoor. We're talking rotating ballroom. We're talking heated crow's nest. We're talking 200 feet up ocean going decadent. And all for one low price. Speaking of price, just how much were you looking to spend today? Ich wollte was auf Kredit kaufen. Actually, I was hoping to get one on Kredit. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some credit. Then we'd have something to talk about. Unless, of course, you've already got some other means of financing. All I have is this rubber chicken. Is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle? I already got one of those. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? Oh, no more than 172 pieces of eight. I think we must be talking about completely different ships here. You've obviously been out of the ship market for quite some time. I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich will auch eigentlich. Second thought, this may not be the ship for me. Of course it isn't. You're looking for a much bigger boat. I can tell. So, what else can I show you? I don't really have that much to spend. I have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steel, I've got just the boat for you. I don't really have that much to spend. Yeah. The Sea Monkey. This here is the famous Sea Monkey. That will ich haben. The only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say anything? You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, this baby's mine now. That is, until someone makes me an offer. What kind of price range were you thinking of? On second thought, this may not be the ship for me. Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else can I show you? Ja, die Sea Monkey ist schon noch, es ist zwar schön. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. Aber ohne einen vernünftigen Kredit, beziehungsweise ohne die Bürgschaft des Gewischtwarenhändlers. I forgot to give you my card. Hilfe. And here's something else to remember me by. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here, so if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here when you come back, but I can't guarantee that any of these ships will. Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Oh ja. Aber eins nach dem anderen. Ich renne jetzt erstmal in die Scamba. So, in der Scamba holen wir uns jetzt, weil hier keiner... Hallo? Ich klau mal hier so ein paar Krüge. Ich brauche vielleicht nicht alle, aber ein paar doch wenigstens. Nimm Koch. Genau. Von hinten bevorzugt. Nein, Quatsch. Pfui. Ist die eigentlich Talk? Cool. Okay, Talk to. Wo sind alle Piloten? Oh, they're all up looting the governor's mansion. The governor is gone. LeChuck and his spectral crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. She was so good to me. Always conveniently losing those health board reports. For a small consideration, of course. What'll become of my business? Oh, wo is me? What can I do to save her? The ghost pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Don't ask me how. All you need to do is find a way there. I can ask him if he will accompany me, but he will not. Will you join me? Uh, alas, I cannot go to see an old war injury. I'm sure you understand. Give me a drink. Get your own drink. Right. I'm off. Good luck. Be sure to wear your mittens. And your galoshes. And don't forget to write. Bye now. Dann holen wir uns doch mal was leckeres. Damit meine ich nicht das Fleisch. Das brauche ich nicht mehr, sondern... Oh, das wird spaßig jetzt. Benutze Krug mit Fass. Das ist das, was ich gerade durch den Mug zu essen. Ja, jetzt aber hurtig. Weiter, weiter, schneller, schneller, schneller. So, denn mit diesem lustigen Becher voll Grog, der sich durch den Becher, beziehungsweise durch den Krug frisst, hole ich gleich Otis aus dem Gefängnis. Aber ich werde zwischendurch mal... Ja, äh, benutze das... Oh, na rein. Benutze 10 Klumpen damit. Und jetzt hat sich irgendwie mein Spiel verabschiedet. Wow. Wow. Das... Das ist ja schön jetzt. Ach du Scheiße. Der letzte Autosafer. Wann? Äh, ist doch gar nicht so lange her. Mitten im Dialog? Einen Speicherpunkt? Okay. Okay. Ich bin weg. Ich weiß nicht, wie das nicht funktioniert. Wenn ich das gleich einfach in der Pixelgrafik machen. Da weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. So, jetzt lauf aber, geil, Brush. Lauf! Das habe ich mir damals die Zähne ausgebissen. An diesem Teil. So, hier Pixeloptik. Da habe ich wenigstens alles im Blick. Use. Mag mit Mag. Fertig. Und weiter geht's. Ach, wie das ruckelt. Voll schön. Wie damals. Wie. So, und dann benutze ich das mit das. Hey, Gray. Ein Trink. Ich bin echt fach. Yikes. Und das Zeug trinkt ihr? Seid ihr verrückt? Wow. Und du denkst, dass ich das Zeug trinkt? Ich bin frei. Oh ja, danke. Wenn es nichts gibt, was ich für dich tun kann. Well, actually, there is something. Ich bin für die Brave Leute, um meine Crew, und zu Monke Island mit mir, um zu rescueen der Governor. Sie hat sich über die Fearsome Pirate, Lechuk, und ist vorhanden, gegen seine Wille, in seinem secreten Hideout. Ich verstehe. Well, yes. Hmm. Lechuk, du sagst. Well, Jess? Yes, of course. Wir müssen zu Monke Island, und... Hey, schau nach dir! Ich habe einen Monke! Ich kann nicht glauben, dass ich dafür fallen. Ein ziemlich guter Trick, aber... Ein absoluter Running-Gag in der Reihe. Achso, hier können wir mal gucken. Wir können jetzt nicht mehr zu Marley rüber. So, Elaine. Ich bin hier, um die Gouverneur zu verbreiten. Und Sie haben die Regierungen, Herr? Regierungen? Für die Regierungen? Oh, ja. Sehr popular. Wenn die Gouverneur ist weg. Chaos würde es passieren, wenn wir nicht ein System haben. Now, unless you have reservations, you'll have to leave. Gee, I don't have reservations. Should I have called ahead? Of course you should have called ahead. This is a very popular place. Now. We're booked solid for the next five hours. But I might be able to squeeze you in around the two o'clock hour. Would that be okay? No thanks. I've got a ship to catch. Next time. Call ahead. Ist natürlich super, dass das hier so läuft. Äh. Für uns völlig irrelevant. Wir wollen gar nicht looten. Wir müssen ein Schiff kriegen. Hey, where did you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the swordmaster. Who, by the way, says you can go jump in the lake? Has he nicht so gesagt? And when I come back, pfff, you're gone. See if I ever do you a favor again. What do you want? Ich brauche nur eine Bürgschaft. I'm interested in procuring a note of credit. You are. You got a job. Yes, of course I do. All right. I'll get one of my notes and we'll fill it out. Okay, Achtung. Ich muss mir jetzt was merken. Links, links. Rechts, rechts. Links, links, links. Das kann ich mir nie im Leben merken. Let's see here. What did you say your occupation was? Das ist jetzt völlig egal. Hier. I'm a grog-swilling, foul-smelling pirate. Yeah. Foul-smelling, yes. Grog-swilling, maybe. But a pirate? Huh. Don't make me laugh. Come back when you got some tattoos or a pig-leg or at least an eye patch for crying out loud. What else do you want? So, dann schicken wir noch mal weg. I'm looking for the swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again. Hmm. I guess I could hike all the way over there. Again. Be right back. Tschüss. And don't touch anything. Nein, tun wir nicht. Auf gar keinen Fall. So, dann ziehen wir vorsichtig mal an den Griff. Und nochmal. Und dann pushen. Ne, das ist nehm. Wie drückt man? Och man. Ein Shortcut dafür. Genau, schiebe. Scheiße. Äh, dann schieben wir nochmal. Dann ziehen wir. Dann ziehen wir nochmal. Wir ziehen nochmal. Und dann schieben wir. Das ist aufhört. Das reicht uns schon. Was steht auf dem Note eigentlich drauf? Weiß ich grad gar nicht. Auf der Bürgschaft. Credit. Ich, der gute und herzlichen Liebergeber, fahre hierbei Liability für die Betriebser der Behrer dieser Note für irgendwelche Amount um 5.000 Pieces von 8. Hallo. Schön, dass du wiedersehen. Ich wusste, dass du zurückkommst. Jeder macht es. Weil. Du weißt, warum sie zurückkommen? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. So, unser Ziel wird jetzt sein. Could I see the cheap one again? Also. Das Schiff wird immer noch zu teuer für uns sein. Auch wenn wir jetzt die Bürgschaft von über 5.000 Goldstücke haben. Und das heißt, ich werde hier gleich mit Stan verhandeln. Und da gibt es eine Möglichkeit, ihn so zu... ... so zu... ... anzuhandeln, sage ich mal, ... dass man das nicht mehr schaffen kann. Das ist schon irgendwie ulkig. Ich zeige gleich genau, was ich meine. Ich habe credit von der Storekeeper. Will du take it? Hey, of course. Your credit's always good at Stan's. It doesn't matter if you've had credit problems in the past. Divorce? Chronic gambling mishaps? I mean, who am I to judge, right? If the storekeeper trust you enough to give you a letter of credit, then you must be an honest man with a steady income, right? Uh, right. Right? Let's get down to brass tacks, shall we? I know you want it. You know you want it. And I know that you know that I want to sell it. So. So, ich speichere das mal kurz. Und dann frage ich ihn erst, was es wert ist. Du könntest heute diesen Puppet auswählen für nur 10.000 Stück von Eid. Wie klingt das zu dir? Das könnte ich nicht mehr machen. Oh, hey. Wie war das? Wenn ich ihm jetzt sage, ich möchte... Also, wie halt handeln ist. Man fängt an, ein Angebot niedrig zu... Also, man fängt mit einem niedrigen Angebot an und versucht, den Gegenüber runterzuhandeln, der ja erst mit seinem höchsten Angebot startet. Dann setzt man den Preis rauf. Das heißt, ich gehe jetzt von 2.000 auf 3.000, während Stan mir entgegenkommt. Geht dann von 10.000 runter auf 9.000 oder so. Wenn ich jetzt aber starte mit 5.000... Okay, 5.000. Das war jetzt leider nicht mein Bottom, sondern schon recht weit oben. So, dann frage ich ihn, was es wert ist. Well, was denkst du, es wert ist? Das klingt großartig. Ich möchte ihm ein Angebot machen. Jetzt sage ich einfach 2.000, ganz frech. Jetzt sage ich einfach 2.000, ganz frech. Ich möchte 2.000, ganz frech. Ich glaube, wir arbeiten in der falschen Richtung hier. So, mach mir doch mal ein Angebot. Was denkst du, es wert ist? Du könntest dieses Puppe weg heute mit 10.000 Stück von 8.000. Wie klingt das zu dir? Haben die das so etwas rausgefixt? Das wäre natürlich witzig. Weil ich war dann... Da hat Stan mir irgendwie ein Angebot gemacht, ähm, da war ich plötzlich bei über 10.000. Das ist ein bisschen mehr so, aber nicht so viel. Ich weiß, dass du es schwerer versuchen kannst. Du merkst, nicht wahr, dass sie einfach nicht so einfach so machen können? Na gut, aber dann... Well, was denkst du, es wert ist? Wer könnte das Puppe weg heute für nur 10.000 Stück von 8.000? Wie klingt das zu dir? Mache ich noch irgendwas falsch? Ich würde dir einen Offer machen. Great! Wie viel? Habe ich es vielleicht doch schon versaut? Dass er jetzt gar nicht mehr runter geht? Ich gehe mal kurz in die Pixeloptik. Ich sage nochmal 2000. Okay, ja, ich skippe jetzt gerade. Ja, ja. Da! Er sagt hier nämlich 11.500. Dann hat er es nämlich... Dann... Okay, dann... Habe ich es nämlich jetzt wirklich versaut. Okay, dann... Okay. 11.500 ist natürlich jetzt über seinem Startangebot, was natürlich absoluter Unsinn ist. Und jetzt kriege ich ihn nicht mal runtergehandelt. Ja, wir fangen natürlich ganz unten an. Ach, äh, interessant. Ich kann die Dialoge nur in der... Nur in dieser Version skippen. Oder halt auch nicht. Doch, kann ich jetzt. Äh, mach mir ein Angebot. So, 10.000, bla bla bla. Dann mache ich jetzt ein Offer. Komm, dann sage ich jetzt 3.000. Und jetzt sollte er... runtergehen mit dem Preis. Ja. Der sagte hier im Original noch 9.500. 50! Hier aber 9.500. Naja, egal. Ich würde dir einen Offer machen. Great! Wie viel? Okay, okay. 4.000 Schäden von 8.000. Das ist ein bisschen mehr so. Ja, mache ich dir noch mal ein Angebot. Dann sage ich jetzt 5.000. Alright, 5.000. Aber das ist meine finalen Offer. Das ist ein bisschen mehr so. Aber nicht viel. Ich weiß, dass du hartes versuchen kannst, als das, buddy. Du kannst mir die Wahrheit erzählen. Es ist die kleine Frau, nicht wahr? Du bist Angst, was sie sagen wird, wenn du mit einem neuen Schiff nach Hause kommst. Du bist nicht so ein Wimp. Stand up to her! She'll respect you for it. And when she sees the ship, she'll love you for it. Trust me. Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 8,500 pieces of eight. How does that sound to you? Das klingt scheiße. Jetzt gehe ich. Forget it. I don't need this boat anyway. Now, wait a second. Don't go away mad. I'm sure we can work something out. Well, maybe you're right. Of course I am. Now, where were we? Oh yeah, I don't understand. I thought you were interested in this ship. Bin ich auch, aber es ist einfach zu teuer. Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 7,500 pieces of eight. How does that sound to you? Näh, that is immer noch zu teuer. Ich gehe nochmal weg. I don't need this boat anyway. Now, wait a second. Don't go away mad. Dad, I'm sure we can work something out. Well, maybe you're right. Of course I am. Diese Wecker-Taktik kann ich übrigens nur zweimal machen. Beim dritten Mal geht Guybrushand wirklich weg. I'd let you take it out for a little spin around the harbor, but our insurance company won't let us. Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 7,500 pieces of eight. How does that sound to you? Dann mache ich ihm jetzt das Angebot mit 5,000. Great. How much? Und dann sollte er drauf einsteigen. 5,000. And that's my final, final offer. 5,000 pieces of eight? Okay, okay. Woohoo! It's killing me, but okay. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh yeah. Do you have that note from the storekeeper on you? Thanks. I've got to run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just want to say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Yeah. Er wird mich nochmal richtig hassen lernen. Sucker. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. Gut, dann haben wir auch das. Und ich renne dann mal eben schnell. Dahin, genau. Hey, it's a good thing you showed up. 10 people have wanted to hide this baby off me, while I'm standing with you with me. But I said, no way. I know a guy who's in love with this ship and it would break his heart to lose it. Am I right? Of course I am. I mean, just look at her. Covered beauty. I think we're having a real moment here. I've changed my mind. I can't give her up. You can have your money back. How could I sell something so dear? Then again, a deal's a deal, right? Right. Good luck, I'm out of here. Whoops, I almost forgot to give you this free seafaring literature. My gift to you. Just remember where you got it. Stands! Maybe I should have gotten that extended warranty after all. Hey, long time no see. Have you come to be on my crew? Hey, I could never pass up a chance to make some easy money. Uh, money? Yeah, we are getting paid for this, right? How appropriate. You fight like a cow. You never did know when to use that one. So what's that waterlogged wreck doing out there? How are we going to get our ship in here with that pile of scrap in the way? Where's the cabin boy? Well, I need him to go back to my place and pick up my bags. What's going on here? Where's our ship? Where's our crew? Danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. This isn't going to be as easy as I thought. This is going to be as easy as we get out of here. . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020